Viele Leute haben sich beschwert, dass das Herr-Anwalt-Spiel zu schwer ist. Deswegen habe ich gestern ein Update rausgebracht und es ein wenig leichter gemacht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit einzustellen, dass ihr automatische Angriff-Kombis macht und dass das Seil automatisch gegriffen wird. Dadurch wird der Parcours schon ein gutes Stück leichter. Außerdem habe ich die schwierigsten Stellen ein wenig vereinfacht. Also zumindest auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es jetzt findet. Oder soll ich noch einen Baby-Modus erstellen, den wirklich jeder schafft?